Das Alemannische Wallis trinkt und misst mit der Trommel den Takt, während die Kannen vorüberziehen. Das Provinzialische Wallis kostet und schweigt. Hä? Moris Schapa, Mori. Genau, ein Zitat vom Dichter über die Walliser. Für ihn ist der Wein das einigende Gut zweier Kulturen. Hier die Trommeln, da das Schweigen. Wo denn geblatet? Was habt ihr das Zitat? Vom Schapa gehört man nicht mehr viel. Wundert mich nicht. Ich habe ihn entdeckt, dank der Wallis Community. Was für Kommunisten? Mensch, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie die Website Wallis Community nicht kennen. Wie ist die? Das ist die Internetseite, auf der Sie alles erfahren können über das Wallis. Seine Landschaft, seine Kultur, seine Geschichte. Das wäre doch etwas für dich, Mori. Wieso? Ich bin doch von hier. Genau das ist es ja. Gerade weil Sie ihr Leben ist das Ihre Seite. Weil, ich kriege noch ein Bier. Weil Sie, ihr Wissen, Ihre Insider-Tipps dort aufschalten können. Das Beste von Wallis erzählt von denen, die es am besten kennen. Aber das ist ja kein Insider-Wissen mehr. Sie werden Botschafter des Wallis. Botschafter, Mori. Nur das Ballon. Ich weiss nicht, ob das reicht. Filmen Sie. Machen Sie Fotos. Aber schade. Dann könnten Sie nämlich Ihre Filme und Ihre Fotos mit der Community teilen. Gine Geissbock als Star des Tages. Ich habe auf der Seite einen Film über den Rinko-Kampf gesehen und bin zum absoluten Fan geworden. Wenn ich im Wallis bin, verpasse ich kein Stechfest. Der Kampf der Königinnen. Ein grossartiges Spektakel und Wallis pur. Schweiss, Sonne und Spannung. Der Mori hat geissen. Oder Sie könnten Ihre ganz persönlichen Kochrezepte hochladen und teilen. As diente jetzt. Letztend habe ich ein grossartiges Rezept gefunden. Die Grossratsuppe nach Oberwalliser Art. Prost. Ich kann Ihnen sagen, diese Suppe schmeckt köstlich. Ein Gedicht. Kennen Sie das Rezept? Aber sicher. Was meint ihr, von welchem das Rezept ist? Schaut mal genau. Unter wallis-community.ch Untertitelung des ZDF, 2020